Lieber François, wir besprechen heute drei Titel aus unserem BX-Musterportfolio und wir starten gleich im Finanzsektor mit LPL Financial. Ja, das ist ein absoluter super Überflieger seit der Wahl von Trump und schon vorher. Aber ich glaube, wichtig ist, dass LPL Finance nicht der größte Titel in Amerika im Bankensektor aber die Performance ist absolut überragend. Kommen wir zuerst in den Zahlen. Die Markerbasierung ist nur in Anführungszeichen bei 23,8 Milliarden US-Dollar. Aber es ist die perfekte Deklination der berühmten Davidschere, die eine absolute starke Performance uns bis jetzt gebracht hat über das BX-Morning-Call-Portfolio. Also, der Umsatz lag im Jahre 2021 bei 7,72 Milliarden US-Dollar und sollte raufgehen auf 15,785 Milliarden. Das ist über 110 Prozent. Und jetzt kommt der spannende Aspekt der Davidschere. Nämlich das EBIT, das sollte raufgehen von 705,7 Millionen US-Dollar auf 2,033 Milliarden US-Dollar. Das heißt auch, dass das EBIT konsequenterweise von Margin von 9,1 zu 4 Prozent raufgeht auf 12,88. Und jetzt kommt der Sprengkraft unserer Davidschere, nämlich das Return on Equity. Das sollte raufgehen von 30,81 Prozent auf 45,32 im Jahre 2026. Warum ist diese Zahl relativ spannend? Ganz einfach. Normalerweise hättest du diese Zahl erwartet von sogenannten Investmentbanks, die im guten Jahr diese Return on Equity sind. Aber hier spreche ich von einem reinen Vermögensverwaltungsbroker. Was heißt Vermögensverwaltungsbroker? Du kennst ja die normalen Banken der Schweiz, da sind alle Vermögensverwalter, die sind in einer Bank. Und hier in Amerika ist es ein bisschen anders. Da ist eigentlich jeder ein eigener Unternehmen. Und damit sage ich Vermögensverwaltungsbroker. Sie sind unter einem Haftungsdach, aber sie agieren nicht eigentlich selbst mit ihrer eigenen Kundschaft und schließen die eigentlich ein bisschen ab von der Konkurrenz. Das heißt, sie sagen sich, das sind meine Kunden und nicht die Kunden der Bank. Aber ich benutze das Haftungsdach der Bank, um sie dort zu platzieren. Und das macht es ein bisschen anders wie in der Schweiz, weil in der Schweiz, da ist diese Kundenbindung nicht so stark ausgeprägt wie in Amerika. Weil in der Schweiz, also sogenannte Retention Teams, das heißt, die Leute sind angestellt von der Bank, dass wenn ein Kundenberater von der Bank X zur Bank Y geht, dass man dann sogenannte Maßnahmen ergreift, dass diese Abwandlung nicht stattfindet. In Amerika geht normalerweise der Kunde mit dem Berater zur nächsten Bank. Da haben wir eine Quote von 85 bis 95 Prozent. In der Schweiz, wenn es hochkommt, liegen wir bei 20 Prozent. Und spannend ist dann, dass diese Zahlen extrem hoch sind. Aber LPL Finance, die wachsen stark ohne Akquisitionen. Relativ wenige Akquisitionen. Ein paar machen sie, weil sie können jetzt diese EBIT-Zahlen spielen. Das heißt, sie haben erstmals eine richtig starke Währung. Das heißt, starke Währung für LPL Finance für Übernahmen. Sie können Aktien abgeben an die bisherigen, die neuen Firmen, die reinkommen. Das heißt, wir haben hier eine Akquisitionswährung, sprich Aktien. Und jetzt komme ich zu den zwei Fragen, die dein lieber Kollege David immer fragt. Und das ist die Dividende. Die ist nicht zu überragend bei dieser Aktie. Aber ich sage es dir trotzdem, die geht rauf von einem Dollar im Jahre 2021 auf 1,326. Und jetzt kommt der spannende Aspekt, den wir schon in den letzten Wochen immer gesagt haben. Dass wir die Dividende nicht auf der Seite stehen lassen, sondern reinvestieren. Warum? Erkläre ich dir ganz einfach. Der Buchwert der Aktie soll darauf gehen von 20,88 US-Dollar im Jahre 2021 auf satte 59,78 US-Dollar im Jahre 2006. Das heißt, du hast eine Steigerung von extremen 200%. Das heißt, wir haben hier die perfekte Deklination nach allen Faktoren der berühmten David Share, aber mit einer Erweiterung, Return on Equities, mit der Dividende, mit dem Buchwert. Also wir haben das totale Package. Und was interessant ist bei dieser Aktie, wenn man die Performance anschaut, haben wir den berühmten Trump-Effekt bei dieser Aktie. Und dann ist auch das BX Morning Call-Portfolio relativ stark nach oben gegangen in den letzten zwei bis drei Wochen. Warum? In den letzten 30 Tagen ist diese Aktie um satte 28,2% nach oben gegangen. Der Index selber nur um 3,5%. Und jetzt zeige ich dir, das Ohr kommt noch grösser bei dir. Warum? Weil wenn du es über ein Jahr ansiehst, diese Differenz zwischen dem Index und der Aktienperformance relativ gering. Nämlich der Aktie hat 40,9% gemacht mit Dividende und der Index 38,4%. Das heißt, wir haben hier in den letzten 30 Tagen eine explosionsartige Kursentwicklung gesehen. Bei LPL Finance ist ein Titel, der eigentlich relativ langweilig ist. Warum ist er langweilig? Das Beta ist nahe bei 1 und ist natürlich jetzt aufgrund der letzten 30 Tage regelrecht explodiert. Was heißt das konkret für die Fondsmanager? Fondsmanager müssen jetzt aggressiv diesen Titel nachkaufen, der bis jetzt unter dem Radar war, der Fondsmanager. Und das erklärt auch ein bisschen, warum diese Aktie in den letzten 30 Tagen derart Explosionsart nach oben gegangen ist. Ich bin immer noch der Meinung gewesen, wo sie noch ein bisschen billiger war, wo wir sie das erste Mal reingenommen haben, im BX Monacoal, da war sie ungefähr bei 14, 15 Milliarden US-Dollar Market Cap. Heute ist sie bei 23,8 Milliarden und ich habe immer gedacht, ja, das wäre etwas für die UBS, wo sie aufkommt, weil sie wollen immer nach Amerika gehen, aber 23,8 Milliarden US-Dollar Market Cap plus noch eine Übernahmeprämie. Das heißt, es wäre ungefähr zwischen 30 und 32 Milliarden US-Dollar. Ich glaube nicht mehr, dass die UBS hier zugreifen kann, weil die Aktie zu schnell nach vorne gegriffen ist. Okay, gut. Jetzt hast du einen langen Monolog gehalten. Vielen Dank. Ich habe schon alles abgearbeitet. Ich kann quasi gar nichts mehr fragen, aber doch, ich habe eine Frage. Wie sieht es denn dann jetzt in Zukunft aus? Also jetzt haben wir diesen enormen Kursanstieg gesehen. Wie geht es denn aber weiter im nächsten Jahr? Also wenn du mich ganz offen fängst. Wir haben ja gesprochen für diese Akquisitionswerte, das heißt, die Aktien, dass man die abgeben kann, sind neu. Ich glaube, dass LPL Finance in den nächsten ein bis zwei Jahren 500 bis 600 neue Beratereien bekommt. Das heißt, dass der Buchwert steigt, das EBIT steigt, also die Firma wird wachsen und wachsen und wachsen. Dann ist es wichtig, dass die Produkte innerhalb von LPL Finance auch gut sind. Das wissen wir nicht genau, was in den nächsten zwei, drei Jahren passiert. Aber wenn du natürlich jedes Jahr 500, 600 Berater reinkriegst in Private Banking, dann wächst was. Vergleiche nur, wie viele Private Bankers bei Fontop und bei der ZKB hat. Dann hast du jedes Jahr eigentlich das ganze Private Banking erneuert und aufgestockt, wie das bei der Fontop und bei der ZKB ist. Also du siehst, das sind Dimensionen, die sich jetzt abspielen in Amerika. Im Private Bank ist eine Domäne des Schweizer Finanzwesens. Dass wir hier Wachstums-Stories haben, die man sich vor drei oder fünf Jahren nicht vorgestellt hat. Warum auch? Weil die Konsumneimen und die Löhne in Amerika immer mehr weiter wachsen und natürlich die Bevölkerungszahl sich auch sprunghaft entwickelt. Das heißt, wir haben hier eine sogenannte Wachstums-Story, die man sich vor drei oder fünf Jahren nicht vorstellen konnte. Weil ich glaube, das ist ein neuer Sektor, der in dieser Dimension sich noch nie abgespielt hat. Aber früher haben wir immer gesagt, Banken in Amerika, Goldman Sachs, JP Morgan, Merrill Lynch, wie sie alle heißen, Salomon Brothers, die großen, spannenden Wall-Street-Banken. Aber hier sprechen wir hier erstmals von einem Private Banking, Broker sage ich, Kundengröße 500.000 bis 2 Millionen Dollar. Aber wenn du jetzt 1.000 solche Kunden jeden Monat neu bekommst, dann läuft es langsam, weil du brauchst ja nicht viel mehr Infrastruktur, vielleicht zwei, drei neue Servers zusätzlich. Aber du hast da diesen David-Effekt auf der Gewinnseite beim Unternehmen. Das macht dieses Unternehmen extrem spannend. Ich bin der Meinung, LPL Finance, leider wahrscheinlich zu teuer für die UBS, aber das Potenzial ist mehr als vorhanden. Okay, gut. Also es ist sehr vielversprechend, den Namen merken wir uns und werden ihn sicherlich noch besprechen in den nächsten Monaten. Bleiben wir im Finanzsession und schauen uns einen zweiten Titel an, der ebenfalls schon seit ein paar Wochen und Monaten in unserem Portfolio ist, KKR. Richtig, liebe Olivia KKR, ist der absolute Überflieger bei uns im Portfolio und ich muss dir ganz offen sagen, die Performance, die sprengt jede Vorstellungskraft. Ich sage immer wieder den Leuten, die Leute fragen mich immer bei BX Monocall, warum hast du nicht Tesla dabei, warum hast du nicht Nvidia dabei? Ganz einfach, wir haben Reglements und Reglements heißen, dass ein Kursgewinnfest von 50 oder 70 Punkten nicht mehr sustainable ist. Das heißt, wir würden dann zu viel Risiko nehmen, aber bei KKR haben wir einen absoluten Überflieger und der hat nicht dieses PI, das du sonst bei Tesla und Konsorten siehst. Das heißt, wir haben hier viel mehr Stabilität, aber das Gewinnpotenzial ist absolut verrückt. Warum? Also zuerst einmal, die Markup-Sinnung ist bei 138 Milliarden US-Dollar per Montagabend. Der Umsatz lag im Jahr 2021 bei 3,132 Milliarden und sollte raufgehen auf 11,557 im Jahre 1926. Die EBIT geht rauf von 4,896 auf 8,265 und die Dividende geht rauf von 0,58 auf 0,82. Das ist relativ Peanuts, oder? Die Aktie ist über 100 Dollar, das heißt, du weißt, die Dividendenrendite unter 1 Prozent. Naja, man kann damit leben, aber es ist nur ein kleines, zyklischen, sage ich immer, auf der Sahnetorte. Und der Buchwert, das ist das Entscheidende, der geht rauf von 28,77 US-Dollar auf 43,17 im Jahre 2026. Das heißt, wir haben hier wieder die perfekte Deklination der David-Share. Was hier ein bisschen problematisch ist, du hast nicht diese Kontinuität in Sachen Gewinn- und Ertragsentwicklung wie bei LPL, weil das ist ein Private Equity House, das heißt, es gibt Schwankungen, die man nicht voraussagen kann. Das heißt, du hast nicht fixe Kundeneinnahmen, wie du sie ja bei einer Bank hast. Hier musst du immer schauen, ob du ein Projekt an die Börse bringen kannst oder nicht. Das heißt, du kannst nicht diese Vorhersagen treffen, wie bei einer normalen Bank- oder Industriefirma- oder Pharma-Wert. Hier hast du viel weniger Vorhersehbarkeit der Ergebnisse, aber, und das macht das spannendste Titel, KG ist momentan der absolute Superleader auf weltweiter Basis. Und KG hat sogar noch früher in der Schweiz einen Footprint gehabt, in dem sie dazumal im richtigen Moment Softwarewareware verkauft haben. Das ist ein Titel, der an die Schweizer Börse gekommen ist. Aber nachdem man an die Börse gekommen ist, ist er regelrecht abgestürzt. Sie haben im richtigen Moment, hat KG die Aktien verkauft und hat richtig Kasse gemacht. Aber kommen wir zu den Performance-Zahlen in den letzten zwölf Monaten. Plus 145,8% versus 39,8% über ein Jahr. Und dann kommt die berühmte Frage an unser Leser. Soll man nicht die Gewinne reinnehmen, sage ich dir ganz offen. Und Zuschauer, ja, müsste man eigentlich von der Theorie, aber wenn du die Erfolgsaussichten ansiehst, bei diesem Modell musst du sagen, ja, du hast ein bisschen Mut haben, auch wenn einmal die Aktie 5 oder 10% nach unten fliegt, weil über 5 Jahre hat dieses Papier 459,1% zugelegt versus 107,4. Und du weißt ja, dass unser lieber David immer fragt, wie sich die Dividendenausschüttungen entwickeln. Bei diesem Titel wird die Dividendenausschüttungen jedes Jahr ansteigen. Ich sage, das einzige Problem, das wir haben, ist, dass ich vielleicht die Dividendenredite, wenn nicht mehr Schlitt tragen kann mit der Performance, weil du musst dir eines vorstellen, das ist eine Aktie, die macht 145% nach oben in einem Jahr. Du kannst ja nicht die Dividendenausschüttung um 145% in einem Jahr haben. Das heißt, du hast einen kleinen Gap nach unten, dass die Dividendenausschüttung kleiner wird, aber die Dividendenausschüttung in US-Dollar-Terms ansteigt. Und darum ist diese Aktie weiterhin perfekt für das BX Morning Call Portfolio, auch wenn die Dividendenausschüttungen eher nach unten gehen wie nach oben, aber die Gesamtrendite für den Investor ist absolut perfekt. Wie sieht es denn mit Gefahren aus, also meinetwegen im Bereich Konkurrenz? Also ich würde mal anders rumdrehen, die Frage sagen, ich glaube nicht, die Konkurrenz ist vorhanden. Wir sprechen hier von Blackstone, wir reden von ARS Management, das sind alles Titel, die wir auch haben. Und die relativ bekannt sind. Wir müssen offen, das ist Konkurrenz unter den Giganten. Das sind absolute Top-Werte. Ich würde die Frage anders anschauen und sagen, ja, was ist das Problem auf unternehmischer Sicht? Und sage ich, das Problem, was sein könnte, wäre, wenn die Zinsen in Amerika massiv nach oben gehen würden. Momentan mit der neuen Regierung von Trump bin ich der Meinung, dass eher die Zinsen nach unten gehen wie nach oben. Wir können natürlich keine Verheersagen sein, dass es so sein kommen wird. Aber die sogenannten Fed-Fusers, die sogenannten Erwartungshalten des Marktes, werden die Zinsen um ein Viertel bis ein halbes Prozent bis Ende erstes Quartal 2015 nach unten gehen. Das würde natürlich nochmal diesen Titel richtig Schwung verleihen. Auch wenn wir gestern aus Amerika gehört haben, dass man nicht sicher ist, dass das amerikanische Fed derart schnell die Zinsen nach unten nehmen wird, wie das vorausgesagt wird momentan vom Markt. Aber die Tendenz, die ist vorhanden, tiefere Zinsen bis erstes Quartal 2025. Gut. Bei dem Thema tiefere Zinsen oder Tendenz tiefere Zinsen noch eine Frage. Momentan haben wir acht Finanzwerte in unserem BX-Musterportfolio. Das ist also der größte Teil dieser Sektor, der das Musterportfolio ausmacht. Hat das auch was mit der aktuellen Zinssituation oder mit der Tendenz zu tun, dass wir so viele Finanzwerte drin haben? Also das ist eine sehr spannende Frage, liebe Olivia. Ich muss die anders beantworten. Du weißt ja, wir haben das Konzept, diese David-Share. Und wir wollen immer Titel finden, die wirklich Potenzial nach oben haben. Richtig. Wir haben ja einen strategischen Move gemacht, dass wir aus den Pharma-Werten rausgehen. Und wir nur noch Elilili haben momentan. Wir haben Novo Nordis verkauft. Die Leute haben mir gefragt, was ist los, warum habt ihr verkauft? Wenn man den Titel ansieht, die letzten drei Monate, was passiert ist, muss man sagen, ja, wir haben richtig entschieden. Normalerweise in der normalen Asset Allocation müsste es ungefähr 15 bis 20 Prozent Pharma-Werte haben. Ich denke nur an den Schweizer Investor, Wartis, Roche, Sondon und Konsorten. Wir haben die Meinung, dass momentan das Potenzial aus politischen Gründen für die Pharma-Werte massiv eingeschränkt wird. Warum? Weil momentan die Versicherungen um die Staaten daran sind, die Pharma-Preise zu decken. Und das ist ein Problem, weil du weißt, dass die neueste Pharma-Forschung immer komplexer wird. Es werden immer mehr Probanden gesucht. Das heißt, wir haben ein Problem, dass wir Leute finden müssen. Wir müssen die Technologie verbessern. Und die Nachfrage ist Explosionsartig nach oben gegangen. Aber bis ein Pharma-Unternehmen die Phase 3 übersteht, das haben wir ein paar Mal schon besprochen. Das geht lange und geht immer mehr länger, weil es geht auch um Produktehaftungen. Das ist ein ganz spezielles Gefällt innerhalb des Pharma-Segg. Das heißt, dass die Leute natürlich Rückensprache nehmen auf die Pharma-Firmen, falls ein Produkt nicht läuft, wie es beschricht. Und ich glaube, das ist das große Thema in den nächsten Jahren. Aber die Pharma-Firmen, das ist ganz klar, die sind absolut sensationell unterwegs. Wenn man sieht, Elilili immer noch. Aber Novo Nordisk hat ein bisschen an Tempo verloren. Warum? Weil sie nicht mehr bis in Abnehmenspritzen die Nummer 1 sind. Und sie sind sie noch momentan. Aber die Konkurrenz ist ihnen näher gerückt. Das heißt, es gibt sogenannten Preisdruck. Und erste negative Reports kommen. Schade eigentlich, aber das ist halt die Welt. Weil wenn du so viel Geld verdienen kannst auf einem Medikament, dann kommt die Konkurrenz schneller, als du denkst. Okay, gut. Schauen wir von der Pharma-Branche weg hin zur Energie-Branche. Und unseren dritten Titel, den wir heute besprechen, an Targa Resources. Ja, ich sage dir ganz... Also lieber Olivia, du willst mir sagen, was ist denn das für ein Titel, oder? Ich sage dir, Targa Resources ist ein absoluter Überflieger für unsere Zuschauer. Das ist eine absolute Super-Story. Warum ist Targa Resources super spannend? Es ist eine politische Story. America first. Da sind wir wieder. Weil, ich muss jetzt ganz offen sagen, lieber Olivia, die Firma, die ist fokussiert nur auf Amerika. Und für mich ist das natürlich eine politische Story. Es ist sicher ein guter Wert. Er hat noch nicht diese super Zahlen, die man sich erwartet, wo man normalerweise ein Portfolio hätte. Aber hier sprechen wir von Politik. Wir sprechen von Vorteil Amerika. Und wir müssen das ins Auge fassen. Ich komme mit den Zahlen nachher gerade durch. Was wichtig ist, es ist weiterhin eine typische Targitschere. Aber die Basis ist einiges tiefer. Die Startbasis der Renditeberechnung. Und darum ist sie ein kleines bisschen anders gelaget mit der normale Targitschere. Und aktuell. Kommen wir zu den Zahlen. Genau. Die Markerbesicherung ist bei 42,51 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz lag im 2021 bei 16,95 und geht rauf auf 21,98. Das klingt alles sehr gut. Ist natürlich nicht in den Dimensionen wie eine Royal Dutch oder ein Exxon Mobile. Das müssen wir ganz offen sagen. Das ist ein Explorationsunternehmen im Rohstoffbereich. Spannend. Die EBIT, und jetzt kommt das Superspannende, geht von 864 Millionen US-Dollar auf 3,438 im Jahre 2026 rauf. Und jetzt kommt die sogenannte EBIT-Marge. Und da komme ich immer von der tieferen Basis. Die geht rauf von 5,1% im Jahre 2021 auf 15,64. Und dann musst du sagen, jawohl, genau. Das heißt, da ist sie dabei. Weil wenn sie nicht diesen Sprung gemacht hätte aufgrund meiner Maschine, dann würde ich dir sagen, lieber Oliver, würde dieser Titel nicht bei uns sein. Und das ist die perfekte Deklination der Darbid-Share. Einfach nur mit einem tiefen Basis. Return on Eclipse geht rauf von minus 0,69 im Jahre 2021 auf 41,04%. Und die Dividende, die springt von 0,75 US-Dollar auf satte 4,689. Da wird unser lieber David, wenn er wieder die Sendung zuschaut, wieder sagen, naja, Wahnsinn, diese Story. Und ich sage, das ist ein Leckerbissen, diese Aktie. Weil wir haben hier wirklich die perfekte Deklination der Darbid-Share. Aber mit einem gewissen Anführungszeichen, Ausrufezeichen, nämlich die Basis, die ist relativ tief. Weil ich sage dir ganz offen, normalerweise nicht ein Titel bei uns reinkommt, weil im Jahre 2021 eine EBIT-Marge hat von 5,1%. Das sage ich dir ganz offen, das würde nicht sein. Aber das Potenzial ist gigant, weil du siehst ja auch, der Buchwett steigt, die Dividende explodiert. Das hast du sonst im Energiebereich in Amerika, findest du nicht diese Sprünge. Wenn du das anschaust mit einer ExxonMobil, muss ich sagen, die Zahlen sind auf den ersten Blick besser von ExxonMobil. Aber wir haben nicht dieses Potenzial, das Target Resources hat. Die Performance, muss ich ganz offen sagen, ist absolut fantastisch. Plus 134,8% versus 39,8% über ein Jahr und über 5 Jahre. Plus 464,2% versus 107,4%. Das heißt, du hast hier einen absoluten Superwert. Ich kann dir sagen, eine größere Schweizer Bank schaut sich diesen Titel jetzt auch an. Warum? Weil ganz offen gesagt, wenn du 42 Milliarden Dollar auf die Waagschale bringen kannst, dann kannst du diesen Titel nicht mehr verschmähen wie vor drei oder vier Jahren. Da war auch die Marken ein bisschen tiefer. Und ich sage immer wieder, liebe Leute, unter einer gewissen Größenordnung, muss man einfach sagen, ist es klar, darfst du diesen Titel auch nicht empfehlen. Aber bei 42,51 Milliarden mit der Story, dass Trump gewählt wurde als Präsident Amerika, Rohstoff momentan das Thema ist, Eigennutzung in Amerika, nicht aus dem Ausland, haben wir eine politische Komponente gespielt und die Amerikaner werden jeden Preis bezahlen für Rohstoffe aus Amerika und nicht aus dem Ausland, das ist vielleicht eine politische Story. Müssen wir hier sagen, aber die Story stimmt auf der ganzen Linie. Gut, dann gehe ich mal davon aus, dass der Titel recht lange bei uns im Musterportfolio noch bleiben wird und wir noch öfters darüber sprechen, oder? Ja, ich meine, liebe Oliver, wenn du eine Outperformance hast in dieser Größenordnung und wenn man sieht, was der Titel jetzt gemacht hat in den letzten drei, vier Wochen, dann muss ich einfach sagen, ja, wir dürfen glücklich sein, dass wir diesen Titel aus diesen 40.000 Aktien entdeckt haben, weil ich meine, überleg dir mal, wie groß ist die Chance, aus 40.000 Aktien die berühmten rauszuholen, oder? Und ich meine, es ist weniger als ein Prozent, du weißt es, das ist absolute Superleistung, oder? Und ich glaube, es macht ja auch Spaß, unseren Zuschauern in Tag und Nacht da zu schauen, ob wir diese wirklich spektakulären Werte, die man sonst in Europa nicht findet, unseren Zuschauern und Zuschauern zu präsentieren. Und ich glaube, das macht ja richtig Spaß, morgens früh aufzustehen, um die Modelle zu füttern. Ich sage immer, das ist die Fütterung der Haie am Morgen im Aquarium, weil sie bekommen ja jeden Tag meine Modelle, bekommen Futter in Form von Daten. Und Daten müssen verarbeitet werden. Und wenn du dir das vorstellst, du hast 40.000 Aktien, die gegeneinander laufen, nach 150 verschiedenen Faktoren gewichtet werden, plus, das ist über Quartale, diese Zahlen, dann kannst du dir vorstellen, wie viele Spieler da aktiv sind. Da steht ein Fußballmatch, also 22 Akteure, weil du weißt, da sind die richtige große Fußballfans, da haben wir ja auch 22 Akteure auf dem Fußballfeld. Und da haben wir gesagt, 14.000 Mitspieler und 22 kommen rein aufs Feld, oder? Und wir wollen ja nicht so gerne die Ersatzspiele, die bringen wir nicht so gerne rein, das weißt du auch, dieses Rebalance, auch wenn du das immer gerne machst mit mir, ist immer spannend, aber da wird es relativ schwierig. Ja, muss man austauschen. Muss man rauskommen. Und ich sage dir ganz oft, wir sind schwierig für diesen nächsten Monat, wer wir dann reinbringen, oder? Weil wir haben momentan den absoluten Rennpferd und vielleicht noch einen letzten Hinweis, einen vierten Titel, das ist alles in Transmission. Leute haben ja alle sich gefragt, warum dieses reingekommen ist bei uns. Da ist jetzt über ein Jahr, hat er über 100% gemacht. Und da ist gestern Abend auf All-Time-High. Und ich sage immer wieder, alles in Transmission, kein Technologiewert, habe die perfekte Deklination der David-Share. Und ich glaube immer mehr Zuschauer und Zuschauer, und speziell professionelle Investoren schauen sich diese David-Share an. Das Konzept ist relativ einfach zu verstehen, wie David gegen Goliath in der Bibel. Aber was dahinter steckt, das ist, wie ich gesagt habe, 40.000 Players und 22 kommen rein. Ich bedanke mich für die lieben Fragen, liebe Olivia. Und wir freuen uns auf nächste Woche. Ja, wir freuen uns sehr auf nächste Woche. Ja, lieber François, vielen Dank, dass du wieder bei uns warst und 22 Crème de la Crème Aktien sozusagen präsentiert hast. Und wenn Sie mehr über die Zusammensetzung des BX-Musterportfolios erfahren möchten, dann schauen Sie auf bxplus.ch vorbei. Vielen Dank.